Russische Klatschmassage, eine Lebenslust für jeden Tag. Dazu brauchst du ein oder zwei Klatscher. Ich nehme immer zwei, damit ich mir Zeit spare. Und in der Früh, wenn ich aufgestanden bin, Wasser getrunken habe, beginne ich mit dieser Klatschmassage. Angefangen hier an der Hüfte, alles schön abklatschen, damit super Durchblutung entsteht. Und dann nach vorne, um den Knien, über den Knien, hier an der Leiste. Und jetzt kommt unsere Po. Po ist ganz wichtig, dass gerade diese Stelle schön abgeklatscht wird. Da kriegst du wieder alles schön und strafft, dein Po, deine Beine. Hast du immer schöne schlanke Beine. Und wenn das oben alles so schön schon abgeklatscht ist, dann machst du hier an den Waden weiter. Ja, ich sitze normalerweise, aber ich zeige es dir. Und zweiter Bein. Alles muss schön durchblutet sein, das Gefühl, ja, Wärme, Freude, Lebenslust. Und danach machst du deinen Rücken. Hier. Trapezmuskel abklatschen. Erhöht dein Gehirnaktivität. Und somit brauchst du gar keinen Kaffee, keine Aufputschmittel, trinkst Wasser und alles gut. Und dann machst du gar nicht mehr.